dass wir das nochmal versuchen klietes ach klietes jetzt können wir mit dem zweiten mädchen spielen zum bürgermeister willen zu lassen yo bürgermeister hochschießen zu lassen ja Peter so gehört sich das auch mehr saufen als Skifahren das muss ja nur noch so sein aber apropos Alkohol trinken bist du denn schon 18? oder ihr habt hier Robby Bubble getrunken ich bin Alkohol Peter denn, zu jung? na, das ist bestimmt Peter Peter Pan das ist ewige Kinder wo habe ich eigentlich die zweite Wasserflasche hingestellt? das ist meine, da kriegst du nichts von die brauche ich mal eben bitte wir müssen eine Bombe besorgen so, ja, alles klar wir machen nochmal das Level von eben was ist ein Schwein in Minecraft? schieß Türen auf schieß und nach langsam ist nachladen wir bleiben bei mir Steve da habe ich mich jetzt noch eingegroovt los geht's wir haben keine Zeit uns unter Deckung zu verstecken wir haben auch keine Zeit Energiegoos aufladen und lassen uns ins Risiko gehen naja er lebt ja immer nachladen ja, das ist schon so ein Held, ey ich habe gar keine Zeit für Molle oh ich bin tot, fuck ey man kann sich auch überrollen, dann liegen die auf dem Boden ich hab minecraft auch nie gespielt, deswegen weiß ich nicht, dass ich Schweine wieder essen Schweinebucht? was essen Schweine in minecraft? das muss ich eben auch nicht, bis man gesagt hat Karotten Karotten, genau wo ist denn eigentlich sehr liebe Schauen heute? hat er keine Lust zu supporten? wir werden jetzt nicht mehr zurück oh, wieder vergiss ich nochmal nachzuladen ich lasse es mal liegen da die rummikieren wollen wir ganz kurz hier was machen? ah, den sind schon alleine ja ich kann ja schon raus, dann gehen wir mal raus bitte alle ach egal ich hoffe ich krieg jetzt trotzdem das letzte Ziel anerkannt und der Merzer, der Sven ist auch da ich grüße dich warst du ein Merhaber Sven? oder was hast du gesagt? Merzer ach, come on ey fuck, ich muss also immer alle Ziele auf einmal schaffen ach, mach einfach das nächste, komm lege die Bombe und verschwinde schnapp dir die Geldsäcke vier Abschieds in fünf Sekunden was? verwende alle spezielle Power-Ups oh, ne Katze ähm, Steven, es gibt ein Spiel, das heißt irgendwas mit Rim Outer Rim, nein da musst du so eine Siedlung aufbauen hast du das schon mal gespielt? ist das hier? ist das hier? hä, was hast du das? die sollen eine Bombe entschärfen und legen dann noch fette Bombe hin? mhm Rimworld, ja genau Rimworld war aber schon uralt, oder? ist das nicht in diesem Molyneux? echt ist das Molyneux? ne ist nicht Molyneux aber es war doch irgendwie das gleiche Spielprinzip, so wie oh Gott, wie hieß das ganze Spiel damit noch? das könnte Hendrik mir jetzt sagen wie die Hendrik ist gar nicht dabei Hendrik ist gar nicht dabei ich kann auch sagen, dass der im Coat nicht so dabei ist, oder? I love milkshake Vanilla strawberry wombat Wombat ist ein Tier hit that button, ja? hit that button, ja? komm, wir nehmen mal Cletus jetzt los geht's Cletus kann Türen aufschließen das hört sich sehr interessant an oh, Alter, die wicke Füße ja Sean ist ja leider nicht da der drückt sich ja heute der drückt sich ja heute hoppala he he nachgeladen und bang ach, Grenaden hab ich auch noch drei Stück einfach ins nächste Fenster rein das ist schön sie hat aber erwähnt die reward ist ist das gut oder jawohl ich habe jetzt irgendwas vergessen bestimmt verwende alle spezial power 4 abschüsse in fünf sekunden also da muss ich auch aber auch reicht auch nicht viel ich kann nicht mehr hoch eigentlich ist das spiel durch rennen durch rennen und hoffen dass man richtig ist ja weiß ich auch nicht so genau scheiße ist in dem level nur ich kann nicht mehr zurück durch diese sprung die musik also ich kann jetzt auch nicht mehr zurück das heißt wo komme ich denn zu den beiden jungs dort guten hunger angelo guten hunger mit den tortillas tortillas angelo komm mal vorbei bring mal welche mit ich enttäusche euch schon wieder ich habe jetzt aber nur ein viel geschafft go 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 wo verwende alle speziellen power-ups Nix da, schreibt der Angelo. Nix da? Angelo etwa? Halt er nicht gerne. Übrigens bekommen wir von einem Arbeitskollegen von mir einen zweiten Monitor. Ein 17 Zoller. Damit man das beim nächsten Mal besser... Cool. Danke, Arbeitskollege. Fuck, ich bin so doof. Was mach ich denn hier? Ja, normal. Wiederholen. Bin ich gerade, Entschuldigung, falsch runtergesprungen? Kann ich, ich kann ja gar nicht springen. Oder kann ich springen? Oh. Ich will eigentlich da in das Sensor rüben, aber... Das klappt irgendwie nicht. Ab jetzt, weiter. Hier war ich nämlich eben nicht drin, oder? Kann das sein? Was sind drei Leute? Jetzt brauchen wir vier, ne? Ah, hier ist keiner mehr. Fuck, ey. Ah, wir holen schon mal. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Drill Shot. Ähm, ja, wie gehen wir hier weiter? Und hier weiter. Und die Kamera kann man auch nicht nach oben bewegen, leider. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier weiter. Wenn es jetzt so war, ne? Jetzt kommt, jetzt haben wir's. Ja, geschafft. Ich stepp dir die Geldsäcke und verwende alle Power-Ups. Okay, alle Power-Up. Grenades wahrscheinlich schon noch was, oder was? Ne, das waren die Drill Shots, die ich gerade aufgenommen habe. Das war nicht. Es ist die Frage, wie komm ich da oben wieder hin. Ich kann ja theoretisch immer nur noch unten gehen. Schau mal gar nicht. Links kannst du raus, äh, links. Ja, aber ich will ja, ich will eigentlich gar nicht raus. Ich kann ja nicht wieder in den Weg raus, sondern runterspringen. Ja, der will ich auch nicht, weil ich komm da nicht mehr hoch. Jetzt glaub ich hier, glaub ich, die nächste, letzte Etage. Stop right there! Ja. Angelo teilt nicht, hat er gesagt. Angelo teilt nicht? Nein. Das kenne ich, Angelo. Ich würde auch mal mit dir gefahren. Ja, ist ja gelogen. Verwende alle Spital, wo sind die fucking Power-Ups? Die Power-Up ist genau zwischen... Ich will ja nicht das Auto, ich will ja an das Auto vorbeilaufen und eigentlich... Ah, stimmt. Das könnte auch noch, genau. Gute Idee haben wir mal. Brauchen wir mal. Nein! Ach! Dreck jetzt auch dran da! Ne, hilf! Da war jetzt nichts. Na gut. Immerhin haben wir die vier Abschiede geschafft. Aber bringt uns ja auch nichts, weil wir müssen ja alles zusammen schaffen. Ja. Hat man da irgendwie was für gekriegt beim ersten Level, oder? Ne, guck mal. Ja, ne? Immer das ist einfach ein Trophäe für die... Obwohl Zustimmungswert ist dann wahrscheinlich höher. So. Macht das letztendlich 5%? Ne, das kommt schon mal nicht an. So, ein Level mach ich noch. Dann fängt es oben an. Ah! Der Rollstuhl? Die Rollstuhl? Ah,파! Zens je guckst! Podzy... Pinckai. Zoals instie Pixels! Blut. Die Trotna haben wir nicht riesengrocken... Not bad. It's great. Wir müssen diesen Detektiv unbedingt aufhalten. Achso, der ist ja nicht im Rollstuhl. Ganz wichtig. Der Chat kann ja mal entscheiden welche Figur wir jetzt sind, obwohl das macht jetzt noch keinen Sinn. Machen wir nachher, wenn wir mehr Figuren haben. Also du warst deutlich besser mit der Linken. Der Schrot, die lag dir nicht so. Was geht euch denn links lang? Wunderbar. Der Bunny war da wieder. Gibt immer noch mehr. Ach, da unten ist er. Der ist am Schwitzen. Lass dich nicht schlagen. 50 Sekunden, scheiße. Ich würde nicht behaupten, dass es die Schrot gibt, weil viele immer auf dem Haufen sind. Ja. 20 Uhr verabschiedest du dich, lieber Zedrick? Ach der ist entkommen, alles klar. Okay Maus und der, okay. Ich war gerade so geschockt, dass er um 20 Uhr schon abhaut. Der war schlecht. 20 Uhr. Das ist aber ganz schön. Tschüss Zedrick. So geht das aber nicht, ne Zedrick? So geht das wirklich nicht. Aber wie ist denn jetzt runtergekommen diese Ach jetzt. Hä? Ja, das will ich jetzt mal sehen, wie der jetzt mir entkommen will, die Sau. Lass dich nicht schlagen. Oh ne. Das macht nichts. Einfach laufen lassen. Lass dich nicht schlagen. Achso. Lass mich schon schlagen. Wie soll ich mich nicht schlagen lassen? Von wem? Von dem Affenanweiser? Von dem Anfang da. Ja wahrscheinlich. Ich kann nicht. Jetzt kann ich mich nicht schlagen. What? Ach so ich muss noch entkommen. Was? Der ist doch schon längst tot der Anwalt. Da hab ich den Koffer nicht genommen. Ob wir Nio zocken wollen? aufgrund des umzugs wenn verschiebt sich das alles recht zu release das ist geplant aber aufgrund der zeit ist natürlich fraglich ja war eine scheiß runde ich weiß aber trotzdem hast du dich nicht schlagen 40 sekunden ist natürlich ganz schön heftig anwalt kicken muss und dennoch ein kommen muss an den ganzen gegner vorbei so ich übergebe das pad wird auch zeit und lute mal die küche über euch du suchst jetzt was zu essen immer dem wir das schrot woa Okay Okay, irgendwie komme ich gerade nicht auf das Spiel klar. Also wiederholen, okay. Was ist denn jetzt hier? Nachladen. Ach, ich trottel. Ganz schön knackig. Ja, tschüss Tobi und vielen Dank. Viel Spaß auf der Arbeit. Ich dachte, der Pedder wäre tot. Gut. Gut. Gut.